Willkommen bei Blockreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Damit herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe der Altcoin-Analyse. Heute mit Anker, Band Protocol und mit Atom. Und was an dieser Folge so besonders ist, das werden wir natürlich gleich nochmal klären. Alle Infos zu diesem Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dass du auch wieder zu dieser Folge eingeschaltet hast. Und wie gesagt, gerade zur rechten Zeit. Und zwar ist, ich sage es ja eigentlich immer wieder, dieses Format am Donnerstag. Wir haben ja dienstags die Bitcoin-Analyse und jetzt Donnerstag sind immer die Altcoin-Analyse. Und das Ganze ist Community-Driven. Wenn du das Format schon länger verfolgst, weißt du, dass ich jetzt irgendwann mal hier eine Umfrage einblende, in der ich mir ein paar Coins vorstelle und dann quasi der Community, also der Telegram-Community von uns, die freie Wahl lasse. Das heißt, sie kann im Chat schreiben, irgendein Projekt als Underdog, was da noch reingenommen wird. Das heißt, zwei Coins werden gevotet und eins wird dann im Chat, suche ich mir dann aus. Und da kam jetzt so die Idee auf, beziehungsweise der Wunsch von euch kam natürlich auf, dass man nicht immer die gleichen hat. Bei drei Coins, wenn dann einer nur quasi aus der Reihe fällt, sind es immerhin 33%. Aber eigentlich waren es immer so Ethereum, Cardano, Chainlink, XRP vielleicht manchmal. Aber das waren so die üblichen Verdächtigen, die eigentlich immer irgendwie einen Platz hatten. Denn macht auch Sinn, aber es macht natürlich auch Sinn, einfach mal so eine Folge außerhalb dieses Tonus zu machen. Und das machen wir jetzt. Und ihr konntet jetzt die ganze Woche fleißig eure Underdog-Vorschläge hier posten. Es kam zum Beispiel auch sowas wie IOTA oder Basic Attention Token. Den hatten wir ja auch schon mal sowohl im Voting oder die hatten wir ja schon mal im Voting oder auch als Underdog. Und beide Projekte haben interessante Sachen. IOTA ist technisch jetzt auf dem Weg zum Cordy-Side und beim Basic Attention Token kann ich mal empfehlen, sucht euch mal den Subreddit. Also geht mal auf Reddit und dann in das entsprechende Unterforum vom Basic Attention Token. Da wird gerade diskutiert, ab wann oder welche Voraussetzungen gemacht werden sollten oder bestehen müssen, damit der Token auf 40 Dollar steigen wird. Und ja, also das Einzige, was ich dazu sagen kann, das sind super Gespräche in so einem Bullenmarkt. Das ist schon richtige FOMO-Stimmung. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also wenn man jetzt spekuliert, ob ein Token von 40 Cent auf 40 Dollar steigt, kann das nicht viel Substanz haben aus meiner Sicht. Wenn du dich fragst, was ist dieser Basic Attention Token, was für ein Potenzial hat der? Ja, das ist hier dieser Brave Browser. Du findest auch den Link unten in der Videobeschreibung zu diesem Browser. Basiert auf Chromium, also dem Open Source Projekt von Google Chrome. Zum Browsen kannst du die Werbung anzeigen lassen und verdienst dann diese Token und kannst sie dann auch spenden zum Beispiel. So, ja, wir hatten ja auch und fangen gleich an, aber wir hatten ja auch kurz die Debatte und deswegen möchte ich es auch nochmal aufgreifen, welches Potenzial haben zum Beispiel hier Chainlink oder andere Projekte? Und zum einen, ich beobachte solche Diskussionen und deswegen habe ich das Ganze verfolgt und ich habe mir gedacht, komm, heute nehmen wir es mal auf. Und ich hatte es schon mal in dem Video erwähnt, aber ich mache es gerne nochmal. Alle Projekte, wie wir sie hier sehen, selbst Bitcoin, den es ja schon über eine Dekade gibt, also über zehn Jahre, ist hoch spekulativ. Also hier gibt es keine Garantie, dass das Ding irgendwann mal bei 50.000 oder 100.000 landet. Das ist eben so. Es ist vielleicht von den ganzen, wie viele gibt es jetzt hier gelistet, knapp 6.000, also 5.849 Projekten. Coins klingt immer so komisch, aber es sind Softwareprojekte. Es ist, also Bitcoin ist vielleicht das, das am wenigsten riskante, weil es eben so lange existiert und vor allen Dingen kann ich euch auch sagen, abseits vom Bitcoin und da fängt schon bei Ethereum an, wird eigentlich relativ wenig über Kryptowährungen außerhalb unserer, unserem Kryptospace gesprochen. Also jeder kennt Bitcoin und dann nimmt es schon ab. Also wenn wir sagen, 90% der Leute, die Kryptowährungen kennen, kennen Bitcoin und der Rest kennt vielleicht andere Projekte, vielleicht Ethereum, XRP wahrscheinlich schon gar nicht mehr, niemand weiß, was Tether ist und der Rest auch nicht. Dann wurde ja diskutiert, die Potenziale des Ganzen. Ich sage ja, alles ist, alles komplett spekulativ und risikobehaftet und viele, viele dieser Projekte lösen ja keine Probleme. Also es muss ja ein Bedarf da sein, irgendwas zu lösen. Also wie die Dezentralisierung, also der Grundgedanke eben von Bitcoin oder Ethereum mit dem Smart Contracts, das heißt die ausführbaren Programme, die Logik, die dahinter steckt, dieser Supercomputer. Wir haben Chainlink zum Beispiel mit den Orakeln, die traditionelle, also diese relationellen Datenbanken mit der Blockchain verbinden. Zum Beispiel, Litecoin hat ein gutes Marketing, das ist ja eigentlich nur ein bisschen schnellere Blockzeiten und ich glaube, Mimbel, Mimbel wollen sie ja jetzt implementieren. Ja, Cardano auch eigentlich schwierig, da ist jetzt eben mit dem DeFi-Hype um Staking ist das mittlerweile ganz groß. Die Derivate von Bitcoin Cash, also Bitcoin Cash und Bitcoin SV, also persönlich weiß ich immer noch nicht, warum die so weit oben sind. Und ja, Monero vielleicht hier noch als Privacy-Coin, wobei da steht ja immer zur Debatte, was passiert bei einer Regulierung, werden die vielleicht mal verboten und so weiter und so fort. Aber hier wären wir schon bei Cosmos Atom, du siehst es hier, auch das werden wir uns gleich nochmal angucken. WeChain ist ja in Asien mittlerweile ganz groß, beziehungsweise wird ganz groß. IOTA ist zum Beispiel komplett out of the box, weil sie ja keine eigene Blockchain haben. Also keine, also das schon, sondern eine Technologie, sondern sie benutzen ja den Tangle, diesen a-zyklischen Graphen, den sie benutzen. Und viele sind einfach quasi, also das beste Beispiel sind eigentlich so Litecoin, Bitcoin SV und Bitcoin Cash. Also kleinere Innovationen vielleicht hier und da, aber kein wirklicher Unterschied zu Bitcoin. Und da muss man sagen, wenn man das sich mal so bedenkt, muss man sich immer im Klaren sein, dass das sehr, sehr spekulativ ist. Es gibt ja zum Beispiel auch den Engine Coin, der für Gamer da ist und für die NFTs, also für die Tokens, die dort generiert werden. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr diskutiert darüber, seid euch bewusst, also erstmal respektiert die Meinung der anderen und bleibt immer freundlich. Es ist alles spekulativ. Selbst Bitcoin ist so. Und so wie es Bitcoin-Maximalisten gibt, gibt es auch Leute, die absolut nichts vom Bitcoin halten, weil das Ding einfach zu langsam, zu veraltet ist und irgendwann mal von irgendeinem, zum Beispiel Ethereum abgelöst wird. Also du findest bei den Millionen von Leuten, die das, die bei uns jetzt quasi hier im Kryptospace mitwirken und mitsprechen, zu allem eine Meinung. Und für manche ist auch Bitcoin ein Shitcoin. Nur so viel dazu. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du mit uns mitdiskutieren möchtest bei solchen Sachen, du eine Meinung hast, komm zu uns in die Telegram-Gruppe, Link in der Videobeschreibung oder als angepinnten Kommentar. Dort kriegst du die Krypto-Tages-News, die ich auch gerade eben vor dieser Aufnahme reingepostet habe. Und wenn es was Spannendes beim Bitcoin-Kurs gibt, kriegst du selbstverständlich auch dort die Updates. Ich kann dir auch nur empfehlen, ein kostenloses Abo dazulassen und selbstverständlich das letzte Bitcoin-Video dir anzugucken. Denn du siehst es hier, viele Kurse sehen so ähnlich aus wie eben der Bitcoin-Kurs. Und es lohnt sich jetzt auch gerade in der Zeit, beide Formate gekoppelt sich anzugucken und zu betrachten, selbst wenn man nur Altcoins mag, was denn eben der Bitcoin als Leitwährung macht. So, fangen wir also an. Fangen wir hier bei Anker an. Wir sehen hier unten bereits, dass der MACD, der Trendfolgeindikator, sich hier bärisch gekrosst hat. Du siehst schon hier, das muss nicht viel bedeuten beim Anker, der ist jetzt auch nicht so ein altes Projekt. Und wir haben diesen typischen, diese Pump-Kurve hinter uns. Und jetzt erstmal in diese Korrektur hinein und schauen uns jetzt einfach mal an, wo wir hier hingehen könnten. Wir haben jetzt hier die absoluten Extreme genommen und hier sehen wir zum Beispiel ein Falling Wedge, was im Endeffekt ein bullisches Zeichen ist. Wir haben hier, wir sind hier übrigens im Daily Chart, sind wir hier bärisch gekrosst. Das heißt, eventuell könnten wir hier nochmal runter und hier nach oben stoßen. Und dann ist es eigentlich auch schon so weit, dass wir auf den Bitcoin gucken sollten oder auf den weiteren Kursverlauf und kleinere Zeiteinheiten, wenn wir hier hinten sind. Gerade bei dem Coin würde ich das tatsächlich einfach mal so lassen. Ich möchte aber zusätzlich nochmal zu diesem Projekt einfach mal zeigen, dass wir hier unseren ersten Support gerade haben, der halten sollte. Du siehst auch hier, der Preis fängt sich hier. Wenn wir diesen Support bei ungefähr 1,2 US-Dollar-Cent, also knapp etwas über einen Cent, haben wir den Support und bei ungefähr 1,3 liegt jetzt der aktuelle Kurs. Also wenn wir den 1,2er brechen sollten, werden wir jetzt hier runterfallen. Zum Beispiel hier, wenn wir das machen könnten, wäre hier ungefähr der Tiefpunkt bei genau einem Cent. So, Widerstände einzeichnen, das heißt, selbst wenn wir hier ausbrechen sollten, werden wir hier selbstverständlich, weil hier das All-Time-High gesetzt ist, erstmal hier das Ganze antesten und wahrscheinlich nicht beim ersten Mal durchbrechen können. Also was meine ich damit? Selbst wenn wir hier bullisch ausbrechen sollten, werden wir nicht das hier sehen. Also aller Wahrscheinlichkeit nicht. Also selbst wenn wir hier absoluten Pump nochmal haben sollten, wahrscheinlich im Maximalfall gehe ich davon aus. Generell muss man sagen, bei solchen Projekten, die es noch nicht so lange gibt, die gepumpt werden und wir sehen gleich beim nächsten Mal Band noch deutlicher, was es ist, da ist Vorsicht geboten. Und ich glaube, wir wechseln jetzt auch zu Band. Wir sind hier noch im Zwei-Stunden-Chart. Ich wechsle einfach mal in den Daily-Chart und dann siehst du auch wieder, was ich meine. Und es ist nicht so krass wie Ende 2017. Das sehen wir auch, wenn wir uns jetzt nochmal hier das angucken. Also hier Ende 2017 war es im Prinzip sehr homogen. Also entweder war alles rot oder es war alles grün. Man konnte sagen, am Anfang der Woche steigen die Kurse und am Ende wurde abverkauft. Das war schon fast, konnte man die Uhr danach stellen, wie das Ganze funktioniert ist. Und dann hatten wir hier oftmals nicht so lächerliche Zahlen von 13% in sieben Tagen oder 16% oder 36%, sondern wir hatten oftmals auch schon teilweise im dreistelligen Bereich oder nahe des dreistelligen Bereichs nach oben und nach unten die Schwankungen. Auch mitunter in einer Woche. Also wir sind von diesem Altcoin-Hype, dieser absoluten Blase, sind wir noch ein bisschen entfernt. Aber wie gesagt, wir sind schon sehr stark dran. Und mit den Diskussionen, wie gesagt, was wir jetzt im Vorfeld in diesem Video schon besprochen haben, kann man schon so ein bisschen ein Gefühl bekommen und sich schon mal darauf einstellen. Und vor allen Dingen, ich kann immer nur davor warnen, in FOMO zu verfallen. Also diese Fear of Missing Out, also FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen, dass man sagt jetzt zum Beispiel hier beim Band-Protokoll, also hätte ich doch nur hier unten irgendwie mal eingekauft, so vor ein paar Wochen, hier 16. Juni noch, da lag der Preis irgendwie bei einem Dollar 20. Jetzt sind wir bei 12, das ist ja eine Verzehnfachung aus 100 Euro. Hätte ich 1.000 machen könnten aus 1.000, 10.000, bei 10.000 bei 100.000, ja. Mathematik-Magic. Ja, da fällt, muss man halt sagen, möchte man traden, dann könnte man jetzt hier einen Profit mitnehmen, was auch viele gemacht haben. Wenn man sagt, na gut, ich möchte das Ding halten, über 10 Jahre, muss man gucken, ob das Ding überhaupt 10 Jahre aushält wie Bitcoin. Also das Projekt, um nicht Ding zu sagen, das nicht abzuwerten, also dieses Kryptoprojekt, ob es überhaupt das Potenzial hat, so eine Dekade zu überstehen und so weiter. Bei Band, das erinnert mich so ein bisschen an 2017 und Verge. Wer das kennt, Verge, das könnt ihr auch nachschauen, das ist ein Privacy-Coin und der ist damals extremst durch die Decke gegangen, nach nur einem Tweet von John McAfee. Ja, genau der, der mit seinem Ghost-Projekt, was er jetzt gemacht hat, beziehungsweise jetzt gecancelt hat, weil man ihm gesagt hat, dass es eigentlich nur ein Copy-Paste ist von einem anderen Projekt, der gesagt hat, dass ich meine über 100.000 der Bitcoin-Kurs jetzt liegen sollte. Ansonsten würde er etwas essen, was man normalerweise nicht essen sollte. Ja, also die Marketing-Maschine John McAfee hat diesen Kurs extrem gepumpt. Nur diese Pump-Kurve bei Verge, kannst du dir angucken, die war dann eben nach oben und dann radikal nach unten, ungefähr sowas. Deswegen sage ich, wir sind noch nicht ganz dran, aber schon mal in Vorbereitung, falls wir hier wirklich diesen spektakulären Bullrun sehen sollten, der selbstverständlich vom Bitcoin ausgelöst wird, deswegen sage ich dir ja, lass am besten ein kostenloses Abo da, um auch die Bitcoin-Analyse zu sehen, denn so ein Bullrun wird nicht von Altcoins ausgelöst. Also meine Meinung, schreib es gerne in die Kommentare oder bei uns in die Telegram-Gruppe, wenn du sagst, nee, also Ethereum wird jetzt in drei Monaten überall in jeden News sein, in der Tageszeitung wird es erwähnt und so weiter und Bitcoin ist passé. Ich sehe es anders, der Bullrun wird von Bitcoin ausgelöst und deswegen auch da ein Auge drauf haben. So, lange Rede, kurzer Sinn, das Band-Protokoll. Aber auch hier, ich hatte es ja gesagt, sind sehr viele News momentan unterwegs. Es sind auch größere Content-Creator, die schon gesagt haben, dass sie dort investiert sind, dass sie das auf dem Schirm haben oder sogar ihre Portfolios gezeigt haben, dass es mit drin ist. Deswegen hatte ich auch nochmal John McAfee mit reingenommen. Das ist natürlich immer ein Zeichen, oh, es kommt ein Video raus, wunderbar, wenn du mit diesem Video dann irgendwie über den Lauf irgendwie 100.000 Leute erreichst und so weiter. Wir hatten es ja, glaube ich, gesehen bei Dogecoin. Da gab es ja, glaube ich, so eine Kampagne auf TikTok. Nachdem ist dieser Preis so explodiert. Also immer schauen, was denn auf der fundamentalen Seite los ist. Ob es wirklich Substanz hat vom Projekt her oder ob es einfach nur ein Pump ist, weil irgendwo ein Video aufgetaucht ist. So, hier endlich zum Band-Protokoll. Du siehst, wir haben hier die Trendlinie durchbrochen. Wir haben, beziehungsweise die machen wir nochmal grün. Das war ja unsere Support-Linie. Die ist gebrochen. Das heißt, der erste Test ist, oder die erste Möglichkeit ist vorbei. Wir hätten ja hier, naja, ein sauberes aufsteigendes Dreieck ist das jetzt nicht gerade, aber hier hätte man vielleicht ein aufsteigendes Dreieck machen können, wenn man hier das Ganze ignoriert. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier unseren Kurswiderstand. Was auch bedeuten wird, den eigentlichen Widerstand hätten wir dann ungefähr hier, also der Kurs liegt aktuell bei 12 US-Dollar 68 Cent. Und wir sind hier im Tagesschart. Das heißt, heute aus meiner Sicht könnte der Kurs maximal erstmal ja, also einer 15-Dollar-Marke kratzen. Was selbstverständlich dann auch wieder ein psychologischer Widerstand ist, denn gerade Zahlen, danach traden eigentlich nicht die Bots. Die interessieren sich nicht unbedingt dafür, aber es ist natürlich immer auch bei jedem die Überlegung, ab 15, ist genauso wie beim Bitcoin, wenn er über 10.000 steigt, ist natürlich eine Hausmarke. Das heißt, hier haben wir das Ganze für den aktuellen Widerstand, den ersten Support, und die sind alle sehr, sehr dünn. Nach so einem Pump wäre der nächstgrößte Support, du siehst, es kommt einfach nichts. Wir hätten eine kleinere Green Zone, beziehungsweise wir können ja mal unseren guten alten Freund, und das Fibonacci-Retracement auspacken. So, zack. Das heißt, nach diesem Anstieg, den wir hatten, der hier begonnen hat, sind wir jetzt hier ziemlich genau hier in dem Bereich. Das heißt, so die 10 US-Dollar-Marke könnten wir noch angucken. Du siehst, hier aktuell haben wir das 38er-Retracement, was hier angetestet wird, und was hier auch rejected wurde zum ersten Mal, also am 19., also gestern, wo es rejected, darunter erstmal ein bullisches Signal, wie gesagt, MACD hier, bärisch gecrossed, maximal 15 US-Dollar, sehe ich hier aktuell. Und wie es dann langfristig ausgeht, da kann ich dir noch raten, schau dir an, wie lange gibt es das Projekt, wer vor allen Dingen steckt dahinter, wie viele nutzen dieses Projekt, und wie steht es überhaupt im Vergleich zu der Konkurrenz. Gibt es Konkurrenz und wie stark ist die? Also zum Beispiel, Litecoin wird so schnell Bitcoin nicht ablösen, als Derivaten. Da können Sie auch noch so viel Mimbel-Mimbel implementieren. Das wird erstmal nicht klappen. So, Atom. Haben wir hier auch ein relativ ähnliches Bild. Du siehst es hier, hier so diese kleine Welle mit dem Pump. Hier haben wir auch die kleine Welle mit dem Pump. Alles ein bisschen weniger. Wir sind hier auch im Chart. Zack, zack, zack. Diese Kerze hier ist die aktuelle Kerze vom Tageschart. Diese hat, ich kann es gerne nochmal erwähnen, keine Gültigkeit. Das ist immer nur zu sehen, wo steht der Kurs, liegt er eben höher. Nochmal zur Erklärung für die Anfänger. Warum ist die Kerze grün? Die Farbe orientiert sich immer an der Vorgängerkerze. Die war rot, die hat hier unten geschlossen bei 5,64 US-Dollar-Cent und ist dann hier nach oben gestiegen. Deswegen ist das Ganze grün. Hier am 16. August hatten wir einen Schlusskurs von ungefähr, was war das, 6,24 Dollar. Und danach ist der Kurs hier runter. Beziehungsweise dann weiter nach unten. Deswegen ist das Ganze rot. Nur nochmal zur Erklärung. Wie gesagt, jede Kerze ist ein Tag wert. Das Volumen nimmt ab und selbst durch diesen Pump, was nie ganz so gut ist. Und wir gucken uns jetzt nochmal den Verlauf hier an. Das heißt, zack, zack, zack. Selbst wenn wir hier quasi nochmal nachkorrigieren würden auf die aktuelle Kerze. Wie gesagt, die hat keine Gültigkeit. Deswegen nehmen wir die hier auch nicht mit. Würde ich erstmal sagen, dass wir hier vielleicht nochmal unseren Support antreffen, damit wir ein bisschen das Ganze besser sehen. Siehst du, wir haben hier nochmal den Schwung mitgenommen. Du siehst auch, wenn wir hier die Zeit anhalten, umswitchen, passt das mit den ganzen Linien nicht mehr ganz so gut. Aber was wir jetzt wenigstens nochmal machen hier für unser Atom, ist mal zu schauen, warum, wieso, weshalb. Warum bremsen wir uns jetzt hier aus? Du siehst es hier, weil hier sehr, also in diesem kurzen Zeitraum, jetzt in diesem, den wir uns hier betrachten, der ja vom 13. August bis heute geht, also knapp eine Woche oder eine halbe Woche ungefähr, ist hier ziemlich viel getradet worden auf diesem Niveau. Das heißt, hier ganz genau, das heißt, deswegen orientiert sich auch hier der Preis dran, ob wir dieses Niveau brechen können. Das heißt, spätestens, wir haben es hier gesehen, hier wurde der Preis dann abgesägt. Hier machen wir nochmal einen Widerstand auf diesem Niveau von vier Stunden, würde ich den sogar ein wenig größer sehen. und zack. Das heißt, bei 6,14 US-Cent ist hier der erste Widerstand. Danach kommt, wie gesagt, hier vom Trend der Widerstand. Wenn wir es höher machen, passt es dann wieder ein bisschen besser. Das heißt, hier solltest du Minimum erstmal schauen, ob wir hier drüber kommen. Aber, zack, 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 der aller nächste Widerstand, den du dir anschauen solltest, liegt hier bei 6,40 US-Cent Ein Support, den wir uns anschauen wollen, der liegt roundabout hier, beziehungsweise hier würde ich schon fast eine Green Zone einzeichnen, bei dem man sich das anguckt, wir sind ja hier im 4-Stunden-Chart. So, zack, um das ein bisschen dünner zu machen. Das heißt, bei 5,55 US-Cent hätten wir hier erstmal einen Support. Dazwischen könnte sich erstmal der Preis bewegen, wobei ich jetzt hier erstmal nicht denke, dass wir eine größere Seitwärtsphase haben werden. Wie gesagt, die Green Zone könnte man hier nochmal runterziehen. Schlussendlich, wenn man sagt, na gut, wir hatten jetzt hier unseren Peak, wenn wir einen Abverkauf haben, denn beim Bitcoin mehren sich die bärischen Zeichen. Mal schauen, ob wir da vielleicht nochmal einen Pump hinbekommen. Das heißt, ungefähr hier, also bei, sagen wir mal, bei 5 oder knapp unter 5 US-Dollar haben wir dann den nächst größeren Support. So, soweit die erste Spezialausgabe mit nicht nur Spezial-Coins, also nur Underdogs, sondern, wie gesagt, auch mal ein bisschen out of the box oder über den Nutella-Rand geschaut, ein bisschen Informationen noch mit eingestreut. Selbstverständlich ist das meine Meinung. Wenn du dazu eine eigene Meinung hast, entweder in die Kommentare oder komm doch gerne zu uns in die Telegram-Gruppe. Wenn du die Bitcoin-Analyse nicht verpassen möchtest, und ich habe ja gesagt, es ist sehr, sehr sinnvoll, die Leitwährung auch nicht zu verpassen, dann lass am besten ein kostenloses Abo da. Die Telegram-Gruppe ist selbstverständlich auch kostenlos und für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wir sehen uns wieder in der Telegram-Gruppe und beim Video. Mach's gut! Das ist gut! Vielen Dank.